Guten Tag, mein Name ist Alvin Trummer. Ich bin bei der SSP zuständig für das Produktmanagement für die Elektronikkomponenten. Ich würde Ihnen heute gerne die HOLDX vorstellen. Die HOLDX besteht aus zwei Komponenten. Einmal einer Magneteinheit und einmal einer Ankerplatteneinheit. Die Ankerplatteneinheit beinhaltet eine sichere RFID-Übertragung. Die Tür wird zum Beispiel geschlossen. Der RFID-Sensor übermittelt jetzt sein Signal. Die Elektronikeinheit prüft, ob der Code der richtige ist, das heißt der richtige Betätiger ausgewählt wurde. Wenn alles okay ist, gibt er die Sicherheitsausgänge frei. Die HOLDX gibt es in zwei Grundvarianten. Einmal die HOLDX RL mit einer Zuhaltekraft von 1200 Newton und das HOLDX RS, eine sehr kompakte Bauform mit 600 Newton Zuhaltekraft. Das Besondere an der HOLDX ist, dass wir eine App entwickelt haben, mit der man per Bluetooth auf die HOLDX zugreifen kann, sie steuern kann und sämtliche Diagnoseinformationen auslesen. Diagnoseinformationen sind zum Beispiel Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur, Fehler auf den Sicherheitsausgängen, wenn quasi auf den Ausgängen ein Kurzschluss wäre, oder ein Querschluss oder auf den Eingängen. Zu der Diagnose innerhalb der App gibt es parallel natürlich auch noch eine LED-Diagnose in verschiedenen Farben, die alle Statis anzeigen. Einer der wichtigsten Ziele in der Entwicklung der HOLDX war, es den Kunden so leicht wie möglich zu machen, mit der HOLDX zu arbeiten. Das haben wir erreicht, indem wir uns unabhängig machen von irgendwelchen anderen Gateways. Wir bieten kostenlos Software-Gateways an, also einen eigenen Funktionsbaustein für Siemens, Beckhoff, Rockwell und anderen, die ganz einfach in das SPS-Programm eingebunden werden und dieser Baustein übernimmt die Kommunikation zu unserer HOLDX. Ich hoffe, Ihnen mit dieser kurzen Präsentation von unserer HOLDX das Produkt ein bisschen näher gebracht zu haben. Falls Sie noch Fragen haben oder über irgendetwas genauer informiert werden möchten, so stehe ich gerne telefonisch zur Verfügung oder per E-Mail oder Sie können auch den jeweiligen regionalen Vertriebs- und Außendienstmitarbeiter kontaktieren und dann kann man Ihnen die HOLDX auch nochmal im Detail zeigen. Vielen Dank!